Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Service Aktuell Natur. 1987, ein Labor beim Schweizer Pharma-Giganten Geigi. Zwei Forscher machen eine sensationelle Entdeckung. In Experimenten setzen sie Getreide und Fischeier einem simplem Hochspannungsfeld aus, in dem kein Strom fließt. Das Resultat ist verblüffend. Wachstum, Ertrag können mit dieser Methode gesteigert werden, ohne Dünger, ohne Pestizide. Gleichzeitig wachsen Urzeitform heran, die eigentlich gar nicht mehr existieren. Ein Millionen Jahre alter Farn, eine ausgestorbene Riesenforelle. Die Entdeckung wird zum Politikum. Sieber stoppt die Forschung. Sie verschwindet in der Versenkung, ohne dass die Wissenschaft Notiz von ihr nimmt. Das könnte sich jetzt, 20 Jahre später, ändern. Denn in diesem Buch, liebe Zuschauer, legt ein Schweizer Journalist erstmals Details des revolutionären Experiments offen. Des Urzeiteffekts, den sich bis heute kaum ein Biologe schlüssig erklären kann. Vielleicht ja unser Gast, Daniel Ebner, Wissenschaftler und Sohn des inzwischen verstorbenen Entdeckers. Schön, dass Sie hier sind, Herr Ebner. Danke, dass Sie hier sind. Herr Ebner, warum hat denn der Pharma-Riese, der heute Novartis heißt, diese Experimente so abrupt beendet? Was war der Grund? Ich denke, dass die Zielsetzungen, die verfolgt werden mit der Ertragssteigerung über ein E-Feld und der Einfachheit dieser Technologie dazu geführt hat, dass die entsprechenden Produkte, die die Novartis oder eben die Vorgängerfirmen oder jetzt auch Syngenta als Nachfolgefirma herstellt, eigentlich nicht in der Linie stehen. Also, dass die dann im Prinzip leiden darunter, die ihre Produktlinie, dass eben sie nicht mehr angewendet werden müssen. Das heißt, Sie meinen jetzt Pestizide zum Beispiel? Zum Beispiel Pestizide oder zum Beispiel auch Insektenvertillungsmittel oder Agrochemikalien, die im Prinzip Schädlinge bekämpfen, während der Nutzpflanzen auf... Das heißt, die Forscher haben gewissermaßen am eigenen Ast gesägt, ihres eigenen Unternehmensziels. Richtig. Also ich denke, das war der ursprüngliche Gedanke, der dann dazu führte, dass es gestoppt wurde. Waren sich denn Ihr Vater und sein Forscherkollege, der Heinz Schürch heißt, von Anfang an über die Tragweite Ihrer Entdeckung im Klaren? Nein, sicher nicht. Also das, was auch passiert ist, ist ja, dass man mit einfachen Systemen eigentlich versucht hatte, Phänomene zu finden, die aufgrund des applizierten E-Feldes zustande kommen. Das hat man in Bakterien gemacht, dann eben mit Farben und ging dann schrittweise eigentlich zu höher entwickelten Organismen über. Also eben zum Weizen, zum Mais und dann auch zu den Fischen. Und sah verblüffenderweise Phänomene, die man bisher nicht gekannt hat. Absolut. Die Forscher verblüften seinerzeit mit ihrer Entdeckung auch das Fernsehpublikum. Kaum zu glauben, aber ausgerechnet in einer Unterhaltungsshow mit Kurt Felix wurden Millionen Menschen Zeugen eines Wunders. Assistenten hier mitgenommen, der Heinz Schürch, er sitzt schon am Mikroskop. Es handelt sich wirklich um eine wissenschaftliche, das darf man ruhig so sagen, um eine wissenschaftliche Sensation, wo Sie heute den Schleier lüftet. Das ist bis jetzt unser Verschluss geblieben. Pflanzen so wachsen lassen, wie sie vor Jahrmillionen gewachsen sind. Also Pflanzen, die heute gar nicht mehr so wachsen, konnten sie wieder Jahrmillionen zurückverfolgen. Wie haben die da zumal ausgesehen? Und auch da können wir das Geheimnis lüften. Das ist eine Farn und an und für sich ist das eine gewöhnliche Wurmfarn, wie jeder man kennt. Und Sporen von so einer Wurmfarn haben wir behandelt, wiederum im Elektrofeld und was rausgekommen ist, ist diese. Farn. Ja. Und das ist also eine Pflanze, die jetzt in dem Jahrhundert und im Jahrtausend so noch nie gewachsen ist. Wir haben einen Hinweis darauf, denn es gibt solche Farn, die in versteinenerter Form im Boden hinein wiedergefunden werden. Auf diesem Bild sehen Sie eine solche Farn und wenn Sie die Blätter anschauen, sehen Sie auch die Übereinstimmung einigermassen. Was bedeuten jetzt für Sie als Wissenschaftler, als Forscher, diese Forschungsergebnisse, dass Sie quasi Leben von Jahrmillionen heute wieder aktivieren können? Das, was die Bedeutung da drinnen könnte sein, ist, dass man da Erbmerkmal, die durch Zucht oder durch Degeneration verloren gegangen sind, wieder können führerholen und wieder können aktivieren. Tja, schöne Bilder. 18 Jahre ist das ja der junge Kurt Felix. Man muss schon genau zuhören, dass man alles versteht. Herr Ebner, wie hat denn diese Methode funktioniert? Erklären Sie es doch mal unseren Zuschauern in möglichst einfachen Worten. Einfach gesagt handelt es sich um ein Spannungspotenzial, das ein Unterschied ist zwischen oben und unten, in dem eine Pflanze dann darin wächst. Und oben ist ein negativer Pol und unten ein positiver Pol. Also man kann sich das etwas vorstellen, wie wenn wir ein Gewitter haben, wenn wir Wolken haben am Himmel und wir haben die Erde, die ist dann positiv geladen, oben ist es negativ, dann entladet sich das auch mit einem Blitz. Das ist die Spannung, die im Prinzip zwischen Himmel und Erde zustande kommt. Das ist das Potenzial, das da dazwischen ist. Und warum gedeiht da was? Ich nehme an, dass grundsätzlich die Erde ja immer ein Elektropotenzial hatte. Das heisst, die Organismen sind immer schon einem solchen Elektropotenzial ausgesetzt gewesen, haben sich daran adaptiert. Das war auch unterschiedlich. Vermutlich in früheren Jahren viel höher, die Potenzialität als heute. Und deshalb eben auch entsprechend andere Formen, die früher existiert haben. So, dass man es eben auch sehen kann, wie in der Kurt-Felix-Sendung, dass ein Hirschzungenfarn aus einem Wurmfarn entstehen kann, der irgendwie ursprünglich scheint. Das heisst, anders gesagt, dieses E-Feld war gewissermaßen so ein Wecker für ruhende Erbanlagen, die die Evolution nicht mehr gebraucht hat. So kann man dann sagen, ja. Dass gewisse alte Erbanlagen, die zu früheren Zeiten in früheren Umweltbedingungen genutzt werden mussten, wieder geweckt werden konnten. War das nun dummer Zufall oder gab es eine konkrete Absicht, nach sowas zu suchen? Also im Grunde genommen war der Ursprung der Forschung daraus kommend, dass man versucht hatte, einen extrakorporalen Herzschrittmacher herzustellen. Da ging es darum, ein Resonanzphänomen mit dem Herzen, das ja einen Herzrhythmus erzeugt über eine spezielle Art der Nervenimpulsleitung. Das zu beeinflussen von außen war der Sinn. Und das konnte man über E-Felder mal stimulieren und fand dann auch, und es ist doch sicher ein interessantes Phänomen, auch für andere energetische Beeinflussungen von Organismen. Gleichzeitig spielt es auch eine Rolle bei unserer Entwicklung. Wenn ein Ei befruchtet wird, gibt es eine Phase, in der dann schlussendlich eine Polarisierung zustande kommen muss. Da, wo sich das dritte Keimblatt entwickelt, der Urmund, der sich einstülpt, der ist polar eigentlich angelegt. Das heißt, es spielt immer eine Rolle bei der Entwicklung von Organismen. Der überraschende Forschungsstopp damals wirft Anfang der 90er natürlich Fragen auch. Auch unter den Journalisten. Das ARD-Magazin Report ist überzeugt, Sieber begräbt das Projekt, weil die Forscher am eigenen Ast sägen. Pflanzen aus vorgeschichtlicher Zeit. Vielleicht aus der Zeit der Saurier. Vielleicht auch aus der Zeit davor. Die Wissenschaftler können nur Vermutungen anstellen. Jedenfalls ist es ein Zeitsprung zurück in der Evolutionsgeschichte, mit Hilfe von Sporen unseres gemeinen Farns, also Fortpflanzungszellen aus der Jetztzeit, behandelt in einem elektrischen Feld. Ausgeführt in den Forschungslabors des Basler Chemiekonzerns. Beispiel Mais. In den Schälchen, Kunstherde und Wasser. Maiskörner werden eingelegt. Sieber-Geigig-Forscher Heinz Schürch bereitet einen Versuch vor. Statische Elektrofelder. Spannungsfelder, in denen kein Strom fließt. Es herrscht Gleichspannung von einem bis zu mehreren zehntausend Volt, je nach Versuchsanordnung. Was vielleicht Alchemisten vor Hunderten von Jahren erträumten, wird hier Wirklichkeit. Der gängigen Lehrmeinung zum Trotz. Eine Nobelpreis-verdächtige Entdeckung. Für drei Tage werden die Maiskörner in den luft- und wasserdicht verschlossenen Schälchen in das statische Elektrofeld gestellt. Danach wachsen die Keime wie jede andere Pflanze im Topf oder im Gewächshaus weiter. Der Mais erinnert sich offensichtlich daran, wie er früher einmal beschaffen war. Keine Genmanipulation, keine Chemie. Vermutete Vorteile? Höhere Keimungsrate, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge und hartes Klima, keine Agrogifte. Mais heute. Eingesetzt werden Hybridsorten, also Mischlingsorten, hochkultiviert und hochempfindlich, deren Samen nicht verwendet werden können. Das heißt, der Bauer muss sein Saatgut jedes Jahr neu kaufen, nicht nur für Mais. Die Saatgutproduktion wiederum wird von multinationalen Konzernen der Nahrungsmittel-, Agrochemie- und Mineralölindustrie beherrscht. Dieselben Konzerne, die auch Dünge-, Pflanzenschutz- und Unkrautvernichtungsmittel an den Landwirt verkaufen. Der Basler Chemie-Riese. Umsatz jährlich 22 Milliarden Schweizer Franken. 94.000 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter verkauft statistisch für 235.000 Schweizer Franken Chemie im Jahr. Forschung am und mit dem elektrostatischen Feld heisst, mit den Augen des Chemiekaufmannes gesehen, muss heissen, Sägen am Ast, auf dem man sitzt. Denn die Forschungsergebnisse zeigen, es geht auch ohne Chemie. Zumindest in einigen Bereichen. Wie ging denn Herr Ebner, Ihr Vater, damit um? Er ist Wissenschaftler, stellt die Wissenschaft gewissermaßen auf den Kopf, aber hat Fesseln angelegt, darf nichts machen, eine grauenhafte Vorstellung. Klar, die Neugier hat ihn sicher getrieben. Aber leider wurde er zu dieser Zeit auch krank. Und deshalb schieb er aus dem Arbeitsprozess aus. Sie haben ja die Söhne, also auch Sie, die Patentrechte übernommen. Und wie ich hörte, planen Sie auch jetzt ein Hilfsprojekt. Das heisst, Sie wollen die Arbeit fortsetzen, oder? Das ist korrekt. Also wir haben zusammen jetzt ein Institut gegründet, das wir Guido-Ebner-Institut nennen, das im Prinzip Forschungsprojekte unterstützen soll oder eben auch selbst vornehmen kann im Umfeld vom statischen Elektrofeld. Und gleichzeitig eben auch Projekte bezüglich Saatgut zu machen in Afrika, in Drittweltländern, in denen der Bedarf eben relativ hoch ist. Dass vor Ort etwas produziert werden kann. Das heisst, Sie brauchen aber auch für dieses Vorhaben natürlich Lobby. Bestehen Ihnen da nicht die vielen Agrarmultis gegenüber, die sich die Geschäfte machen wollen mit industriell erzeugten Saatgut? Ich denke, das wird eine Konkurrenz sein. Nur am Anfang wird es in kleinen Projekten umgesetzt werden. Eben zum Beispiel in Burkina Faso, wo wir ein Projekt jetzt angedacht haben mit einer Kooperation von 100 Bauern, die über unseren Kollegen Raoul Wadraugu, der in Genf bei Jean Siegel studiert hat, initiiert wurde und auch im Buch beschrieben ist. Da wollen wir im Prinzip Weizen aufzüchten oder züchten lassen, so dass eben Saatgut dann vor Ort hergestellt werden kann und Weizen kultiviert werden kann in Burkina Faso. Aber hat denn dieser Weizen, wie Sie ihn erzeugen können, mit diesem Hochspannungsfeld, hat er auch diesen Ertrag wie anderes Saatgut? Wir haben vierfachen Ertrag gefunden. Wir konnten den mehrfach zeigen und ist auch dokumentiert, analog zum Mais im Buch. Man sieht da Bilder entsprechend von einem Buschweizen, der bis zu 36 Ähren trägt und damit eben auch ein Buch steckt da so viel ab. Ein Riesenvorteil ist, der gezeigt hat, dass sie in einer kürzen Zeit damit schlussendlich dann auch wie in einer kürzeren Zeit, als es herkömmlich der Fall ist. Insofern hat die nächsten Forschungsabteilungen schon lange verschiedene Universitäten, die sich an Freiburg im Preisgau Herr Wagner, es gibt aber auch die Universität Mainz, bei deren Diplomarbeit und für Matrix-Phänomene, die aufkommen. So gibt es Szenologie. In Basel hat die Forschungen an dieser Aktivität im Prinzip untersucht werden. Doch eine Frage. Nochmal zurück, ich bin sehr ehrgeizig und muss sagen, es ist richtig spannend geschrieben, sehr unterhaltsam auch teilweise. Was ist sich mehr Aufmerksamkeit? Das, was da erforscht wurde, so weiter als solches und nicht setzen. Insofern wollten wir das zusammentragen, um so für dieses Projekt dann Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielen Dank, Herr Ebner, für Ihren Besuch bei uns. Das war Service Aktuell Wissen. Alle Informationen zur Sendung und zum Programm finden Sie bei uns auch im Internet unter ARD- Nächste Woche heißt es bei uns mehr rund ums Meer.